Hi Leute, erstes YouTube-Video heute. Ich wollte mal kurz erklären, um was es überhaupt im Kanal gehen soll. Und ja, meine Themen werden halt so sein, einfach so der gesamte Überblick. Es geht um das Ganze und alle Bereiche, Körper, Geist, Zähler, Psychologie, dann bei Ernährung, speziell auf Fasten, Rohkosternährung eben, der Geist, was für einen Einfluss der hat und die Psyche einfach. Ja, wenn euch das Ganze interessiert, schaut mal vorbei im Kanal. Und ja, ich gebe euch da gerne Tipps und ich freue mich auf euch. Peace. Ja, das ist so das, was ich machen möchte. Und ja, vorher habe ich Bauingenieurwissen studiert, hab das fertig gemacht, hab auch einen Master in Stuttgart angefangen. Das hat mir aber noch nicht mehr so gefallen. Und ja, jetzt möchte ich einfach die Leute dazu inspirieren, dass mal wieder in einen Moment kommt. Da, wo das Leben wirklich stattfindet. eben durch Rohkost, durch Meditation, durch Geistesschulung, Fasten, ja, all die Sachen so in die Richtung. Ja, den Körper wieder reinigen. Und ja. 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 Ja.